Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Manchmal sind es ja die kleinen Dinge, die einen so ein bisschen zur Verzweiflung bringen. Und so bin ich jetzt schon von ein paar Usern gefragt worden, sag mal, wie bekommt man eigentlich an der M50 die Wasserwaage in Gang? Hat die überhaupt eine Wasserwaage? Und wenn ja, wie schaltet man die eigentlich ein? Und um ganz ehrlich zu sein, ich habe auch erst ein bisschen suchen müssen. Zunächst klingt es total simpel, man schaltet die im Menü ein, aber irgendwie wird die nicht aktiviert. Und dann bin ich auf ein Video vom Mark-Arzt gestoßen. Den Kanal verlinke ich übrigens unten, schön groß in dem Zusammenhang an den Mark. Und der hat es herausgefunden. Der hat nämlich auch erst gedacht, es gibt keine Wasserwaage an der M50. Aber es gibt natürlich eine. Und wie man die einschaltet, verrate ich euch direkt nach dem kurzen Intro. Ja, wie ihr vielleicht auch sehen könnt, ich experimentiere gerade mit ein bisschen anderen Setups. Teilweise minimale Abwandlung, teilweise auch ein bisschen größere Abwandlung. Ja, ich versuche immer mal so ein bisschen was zu ändern und für mich so ein bisschen das Ideal-Setup rauszufinden, dass ich auch unkompliziert und möglichst schnell aufbauen kann und es trotzdem gut dabei ausschaut. Und die Yucca-Palme ist im Augenblick nicht mit auf dem Bild. Dir geht es nicht so gut. Ich habe das Gefühl, die verlässt mich bald. Naja, schauen wir mal. Aber kommen wir mal wieder zurück zum Thema und zwar zur Wasserwaage. Und zwar zur Wasserwaage an der EOS M50. Die könnt ihr hier sehen. Die habe ich hier eingeschaltet. Das, was da in der Mitte sich so bewegt, das ist die Wasserwaage. Und ja, wie schaltet man die ein, das zeige ich euch jetzt. So, und um die Wasserwaage nun anzuzeigen, geht ihr ins Menü. Und zwar geht ihr in das gelbe Schraubenschlüsselmenü, auf die Registerkarte 4, Anzeigeaufnahme, Info und dort auf Bildschirminfo einstellen und dann auf die Infotaste und hier unten könnt ihr die Wasserwaage aktivieren oder deaktivieren. Dort, wo der Haken ist, da gehe ich mal runter gerade, rausnehmen oder reinnehmen. Das sieht man hier auch schon an der Voranzeige oder an dem Vorschaubild. Und wenn die aktiviert ist auf dem jeweiligen Bildschirm, dann sieht man die Wasserwaage auch. Wenn ich jetzt hier durch die Bildschirme mit der Infotaste durch die Bildschirme springe, dann kriege ich die verschiedenen Ansichten. Und bei der Ansicht, wo ich die Wasserwaage aktiviert habe, kriege ich die Wasserwaage eben auch zu sehen. Aber eben nur, wenn ich auf Zonen-AF oder Einzelfeld-AF bin. Wenn ich auf Verfolgung, Gesichtserkennung, Verfolgung gehe, dann gibt es keine Wasserwaage. Egal, durch welchen Bildschirm ich durchscrolle, keine Wasserwaage. Und erst wenn ich wieder auf eins der anderen AF-Funktionen gehe, dann kriege ich die Wasserwaage zu sehen. Bisschen schräg, ist aber so. Und wenn du es jetzt immer noch nicht schaffst, die Wasserwaage aktiviert zu bekommen, dann liegt es nicht an dir. Dann ist es tatsächlich die ganz banale Tatsache, auf die mich, wie gesagt, der Marc Arzt gestoßen hat. Die Wasserwaage funktioniert nicht, wenn der Autofokus auf Augen- bzw. Gesichtserkennung, Verfolgung geschaltet ist. Ich habe keine Ahnung, was Ken und sich dabei gedacht hat. Wahrscheinlich gehen sie davon aus, wenn man einen Menschen fotografiert, braucht man keine Wasserwaage. Aber der Verfolgungsmodus funktioniert ja nicht ausschließlich nur bei Menschen. Warum, weshalb, wieso? Gut, muss man jetzt nicht allzu lange darüber nachdenken. Es ist einfach so, wenn der Autofokus auf Verfolgung steht, dann geht die Wasserwaage nicht. In allen beiden anderen Autofokus-Modi, also in dem Punktautofokus oder Einzelfeldautofokus und im Bereichsautofokus oder wie auch immer das jetzt genau heißt, da funktioniert sie im Verfolgungsmodus nicht. Das ist der ganze Trick bei der ganzen Geschichte und das ist auch der Grund, warum der eine oder andere denkt, es gäbe keine Wasserwaage, weil man häufig genau diesen Autofokus-Modus aktiviert hat. Das war es auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch was gebracht und ihr seid hinter das große Geheimnis der Wasserwaage gekommen. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, das übliche Tralala. Hier irgendwo gibt es mein letztes Video und da oben irgendwo das Abonnieren-Gedöns. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao!